Wir sind im Bargeldraum. Zwei Leute. Ich weiß. Ich hab Carrera. Ich hab Weezy Weezy. Motherfucker, ey. Okay, der eine ist da gestorben. Hatten ihn Kessel? Ich weiß es nicht. Kessel haben sie noch. Da ist er. Okay, deswegen. Ich mach hier auf. Geh mal auf. Da ist er. Hab ich. Mal gucken, ob ich Internet weg kann. Nee, ich bin schon danach gekommen. Puls. Hab ich mal gerade gespottet, wo der lang geht. Der geht nach hinten. Wo ihr jetzt gerade wart seid. Wie auch immer. Das zwingt ja schon richtig geil heute an. Ja, ja. Die Bahn ist Spezialfähigkeit. Ich hab Frost. Ich hab Frost. ist hier bei mir ist verletzt gesagt cavera cavera ist hier bei mir die kommt hier nicht raus die ist auch nicht im raum die ist hier gefangen sie hat nur noch eine kontaktgranate und hat glaube ich nur die die wasserpistole da die achtung kommt ja sie ist hat keine mehr ist der pisser achtung ich höre irgendwo c4 ja ja schmuchte 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 die vers die die machen jetzt eine wand auf die mann der wand auf ich habe irgendetwas verletzt ich hab hibana down wo sind die verletzt ja der türmite und so müssten da noch umlaufen also türmite habe ich definitiv noch gesehen da okay aber ja da ist er auf jeden fall noch angehittet geil ist vor allem das aua ich mache die tür auf ich wurde entdeckt hier drohnt einer wie so eine missgeburt termite und blackbeard kann das sein blackbeard habe ich da untermite ist noch im raum oder also im nebenraum oder noch auf dem gang ist die frage eben war noch auf dem gang okay ja geradeaus zu bei mir habe ich gesehen wo das alles offen ein habe ich da und noch es ist noch da aber draußen ist noch einer an der steht da ziemlich blöd schmiere ja okay die haben wir das fenster auch offen das heißt wirklich safe ist man nicht aber da muss ich jetzt gab auf die pinks gucken wir haben nicht mehr so viel zeit ist meine drohne noch da aber eine minute meine drohne gibt es noch der raum selber ist leer bleibt mal bleibt mal mit der drohne so dann schaue ich da rein bleibt mal so mit der drohne genau so ich weiß nicht was mit dem rest ist leer ist das stacheln hat ist kein stacheln also ich renne einfach durch jetzt kommt einer fenster habe ich beide ja jetzt kommt einer rein kommt einer rein echtzeit markiert er ist drinnen schade aber dass die anderen nicht die tür sichern die müssen die tür sichern der eine rennt die anderen sichern ich bin hier halbtot ich bin hier auch da und alles klar der liegt da irgendwo sprengmatten kill ich muss essen ich bin hier auch okay alles klar Ja